Ich bin der Ritter Kuni Mert, ich hab ein schnelles Pferd, natürlich auch ein Ritterschwert, so wie es sich gehüllt. Doch lasse ich mein Ritterschwert in meinem kleinen Schrank, weil ich kein großer Kämpfer bin und Kämpfer macht mich krank. Wenn alle anderen Ritters sich in Pieren triften müssen, dann geh ich in der Zwischenzeit für Leber mit was essen. Ich mag Apfelstrudeln, ich mag Topfelkrönen, ich mag Kaiserschmarrn und Schnitzel gern. Ich mag Moodle zu weh, mag Kappoffe, Kappoffe, doch von Spielart halte ich mich wert. Ich mag Kappoffe, Kappoffe, Kappoffe. Jetzt ist es auch schön, Spann, Untertitelung des ZDF, 2020